Ja Mensch, hallo, jetzt haben wir schon Mittwoch und ich muss schon wieder Banknoten erwerben. Oh, war ja schon wieder heute auf Arwen, immer wieder. Heute Abend haben Sie schon ein Berchfest. Haben Sie es schon geschafft? Das ist wahr. Heute Abend haben Sie es schon geschafft. Wo sind Sie denn bei Arbeit auf der Arbeit? Ja, das ist so ein komisches Amt, da wird irgendwas verwaltet und die ganzen Papiere immer. Manchmal denke ich ab in den Reißwolf damit, das wäre das Beste. Das kann ich mir vorstellen, auf dem Amt immer Formulare, immer hin- und ausfüllen. Von der Wiege bis zur Bar, Formulare, Formulare. Ja, das kann ich. Aber ich will Ihnen mal was erzählen. Da gibt es so Menschen, wenn Sie so richtig bei Ihnen sind, der nur von Ihrer Arbeit lebt, so in Raffgewissen sind, der immer nur hinterher ist und nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Kennen Sie so eine Leute? So eine neue Reiche, da lese ich Ihnen mal was vor. Oh ja, da bin ich gespannt. Passen Sie auf. Raffge heißt es. Raffge. Raffge. Ich bin die allerneuste Zeiterscheinung. Raffge. 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 Raffge.